So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MyFishTV. Ich begleite euch heute wieder durch diese Folge, aber diesmal nicht alleine, sondern am Stand des ZZF auf der Interzoo mit Oliver Nutt neben mir. Und du hast nämlich das nette Ding hier neben uns gerade eingerichtet. Und das Thema war, wie es beim Vortrag, Vertical Garden. Okay, also Aquaponik hast du es glaube ich auch selbst genannt. Jetzt sieht man ja, okay Aquariumteil, da drüber große Pflanzenwand. Erzähl mal ein bisschen über das System. Also was tut das überhaupt? Und vor allem, was gefällt dir da auch dran? Also im Prinzip ist eigentlich die Idee einfach pflegt. Also Vertical Garden sind ja so ein bisschen hip gerade, also zu Hause oder draußen. Und die Idee ist eigentlich ein System anzubieten oder zu entwickeln, einfach mal auszuprobieren, wie das sein kann, wenn man die Hauspflanzen, das sind eigentlich ganz stinknormale Hauspflanzen, die kommen ja eigentlich alle aus der Tropen, irgendwie kombiniert mit Aquarium. Das ist so mal die Idee. Und jetzt einfach ein System auszuprobieren, wo man halt wenig, relativ wenig Stress hat, also auch wenig Arbeit. Und das soll es eigentlich auch mal haben. Und ja, das ist so mal die Grundidee erst mal. Ja, du hast schon gesagt, also hier so eine Grünlilie oder sowas, das hat halt auch jeder irgendwo zu Hause rumstehen. Ja, im Prinzip ist es nichts anderes. Im Prinzip geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Pflanzen immer eine Versorgung mit Wasser haben, die aber halt nicht steht. Also jeder kennt das halt zu Hause, wenn er irgendwie einen Topf hat und kein Untertopf mit Loch. Und das säuft die Pflanze meistens eher, als er gut geht. Das ist, glaube ich, ein häufiges Problem, dass Leute Pflanzen kaputt gießen, anstatt dass sie vertrocknen. Ja, genau ist genau immer das Gegenteil. Ich habe auch keinen grünen Daumen bei Hauspflanzen. Wasserpflanzen ist ja easy, also die muss ja unter Wasser halten. Und da habe es aber auch gemerkt, zu viel Wasser ist auch nichts. Und so ist, da ist es wirklich so. Wollen wir gerade die Pflanze her? Bei Brumen sagt man ja immer, da muss einfach mal Wasser oben rein. Ja, so in den Kelch. Ja, wahrscheinlich. Aber das System ist eigentlich so angelegt, dass das praktisch im unteren Drittel, wenn das so gekippt ist, da immer ein bisschen Wasser drin ist. Und irgendwann, wenn die Wurzeln mal, also das zieht es ja nach oben. Und ich bin mir relativ sicher, weil ja immer, das läuft auch immer, dass die Pflanze sich da auch akkimmert, die gewöhnt sich daran. Natürlich kannst du jetzt oben, du musst ja keine Bromilien nehmen. Aber so ein Zeug da auf gut Deutsch, das wächst ja wie Unkraut. Ja, aber auch mit den Bromilien. Ich habe die selber ja auch schon in so ähnlichen Sachen schon länger drin gehabt. Also das funktioniert auch ohne, dass du die ständig von oben gießt. Das würde ich auch sagen. Ja, und das Idee ist jetzt eigentlich auch, das als System zu nehmen. Das heißt, da ist jetzt eine kleine Pumpe dran, die das Wasser hochgefördert. Genau. Du könntest auch den Filter nehmen, einen Bypass laufen lassen. Da muss nicht viel Wasser reinlaufen. Immer so ein bisschen. Und wenn du natürlich jetzt Fische drin hast, du fütterst, hast sogar noch CO2 drin und vielleicht sogar noch Säulen, dann wächst es da oben natürlich wie Harry. Ja, klar. Dann hast du ja das gedüngte Wasser, was auch oben an den Pflanzen hergeht. Genau. Und das ist eigentlich, ich bin halt kein Freund vom Besprühen. Also klar, wenn du schöne Terrain hast oder sowas, aber wenn du einmal halt sprühe und irgendwann mal dann nicht mehr sprühe, dann geht es halt meistens nach hinten los. Und deswegen ist dieses System eher so gedacht, stell die Pflanze rein, die kriegt ein bisschen Wasser und dann lassen wir mal wachsen. Also wirklich so maximal Low Maintenance, dass du da möglichst nichts mehr mitmachen musst, außer vielleicht so ein bisschen zurückschneiden. Ja, so faul oder vergessliche oder sowas, die dann, das läuft ja eigentlich. So laufen diese vertikalen Gärten ja eigentlich ähnlich, dass die immer eine Versorgung mit Wasser haben irgendwie. Und wenn es nur eine minimale ist, aber. Ja, du hast schon gerade gesagt, also du hast ja früher hier erstmal ein Aquarium sozusagen eingerichtet, bisschen schwarze Lava, bisschen, was ist das, so ein Flussholz, ne? Genau. Bisschen normale Bepflanzung drin, weil das kann ja auch eingerichtet sein, wie jedes normale Aquarium dann. Und dann halt über eine separate Pumpe, die das Aquariumwasser halt hier oben reinschiebt. Ja. Dann tröpfelt das über die ganzen einzelnen Fächer runter und läuft dann hier unten wahrscheinlich. Ja, genau. Genau. Da unten läuft dann einfach wieder raus. Also ein einziger Kreislauf, der das Wasser dann nochmal durchschiebt. Könnte man ja vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass die Wurzeln wahrscheinlich sogar eine gewisse Filterwirkung so da haben? Ja, auf jeden Fall. Also das ist im Prinzip ist es ja wirklich so, dass das ja wie ein Ökosystem ist. Ja. Und diese, diese Zimmerpflanzen, die ziehen ja echt, also da, die ziehen ja echt so viel Nährstoffe raus. Ja. Das heißt, dass dir sogar passieren kann, dass du mehr düngen musst, weil die, weil du siehst an den Nährstoffen, ne? Ja. Bei manchen Pflanzen, ich hab diese Efeutude, wie du heißt. Genau, ja, das ist so der Klassiker. Die wird dann blass, ne? Die wird blass. Aber die kannst du auch wunderbar so für die Einfahrphase. So über das Aquarium hängen so zwei, drei Wurzeln rein und dann zieht die nämlich ordentlich raus. Das stimmt schon. Also das ist so das Prinzip. Und natürlich kannst du das, das kann man klein machen, das kann man groß machen. Das war jetzt mal so einfach mal. Das ist mal eine größere Variante. Aber das macht natürlich auch richtig was her, ne? Also wenn du daneben stehst, das ist ja auch richtig so eine schlagende Wand, die dann so richtig auf einen zukommt. Ja, das ist ja auch, das ist ja ein bisschen dieser Aha-Effekt. Ja. Du wahrscheinlich kannst schon die Hälfte, das wächst ja alles. Also wenn man das so lässt, dann ist es natürlich in zwei Monaten, ist es, wächst dir das über den Kopf, ne? Ja. Aber es geht natürlich jetzt auch in Show zu sein, so kann es mal aussehen. Genau, klar. Ja, da passen jetzt, hier passen jetzt 24 Topfpflanzen rein, das ist natürlich schon eine Menge Holz. Ja, das ist schon eine Menge. Ja, muss man halt vielleicht noch so ein bisschen gucken, dass natürlich das Aquarium unten nicht zu krass abgeschottet wird, ne? Je nachdem, wie du es dann platzierst. Ja, ja. Aber man muss auch mal sehen, das Aquarium ist jetzt nicht dafür gebaut, ne? Sondern es ist eigentlich ein System, wo die Lampe dann eigentlich in die Mitte kommt. Ja. Das ist jetzt, sagen wir mal, die Lampe ist jetzt nicht dafür bedacht eigentlich. Ja, okay. Man könnte auch rein theoretisch die Lampe irgendwo von oben irgendwie installieren oder weiter oben abnehmen. Ja, oder hängst du halt drüber, ne? Ja, also das ist... Oder beziehungsweise du, du musst das ja auch nicht so hoch bauen, ne? Ne, man kann auch nur zwei nehmen, ne? Das sind ja so einzelne Module hier, ne? Ja, man kann nur zwei nehmen. Genau, da machst du halt nur zwei übereinander. Das war jetzt einfach mal... Man muss ja immer ein bisschen übertreiben. Ja, auch so... So auf einer Show soll ja auch sofort gut aussehen, ne? Ja, klar. Sonst guckt ja keiner mehr hin, ne? Ne, das ist schon schön. Hast du denn sowas selber schon mal... Also hast du sowas vorher auch schon mal benutzt? Irgendwie so in anderen Variationen? Ne, also ich habe... Was ich viel benutze, sind halt so wie du selbst, die E-Voltute oder... Ja. Oder Monster ins Aquarium reinsetzen? Das mache ich ja schon oft, ne? Also schon seit Jahren und das funktioniert das so super. Ja. Ich habe ja teilweise zehn Jahre so Monster rein in so einem großen Becken, wo wirklich... Das ist ja nie was. Ich habe ja noch nie... Hab ja noch nie gießen müssen. Ja. Und die zieht ja da Wurzeln. Das ist ja Hammer. Also ich glaube schon, wenn man offene Aquarium hat oder was von mir aus auch ein geschlossenes und du machst ja nur die Wurzel rein, dann ist das Alter auch super für die Wasserqualität. Ja. Ich habe da auch mal... Also also es war... Ich konnte es noch nicht verifizieren so richtig, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn du gerade ein frisches Aquarium noch zusätzlich mit so E-Mersen-Pflanzen irgendwie bedecken kannst, versorgen kannst, dass das eigentlich die Einfahrphase ein bisschen leichter macht, weil das super schnell Nährstoffe zieht und du echt keine Algenprobleme hast. Ich glaube auch, dass es... Ich glaube auch solche Wurzeln muss entgegen auch entsprechend ein bisschen was ans Aquarium abgeben. Also das ist schon... Ist schon mal so ein sehr interessantes System. Was mir noch einfällt zum Thema Aquaponik ist ja, dass das mittlerweile auch genutzt wird für Nutzpflanzen. Ja. Oder dass dann da irgendwie ein Flugsalat oder sowas... Also die Idee ist ja... Ich habe ja hier noch Basilikum und so. Also man kann da ja natürlich Kräuter nehmen, klar. Also die Ideen sind da... Weil es ja auch jetzt gerade ist, Petersilie und Kräuter zu pflanzen. Also sowas geht bestimmt auch, ne? Das ist natürlich spannend, so ein Aquarium dann auch so ein bisschen umzufunktionieren. Ja, da kannst du ja praktisch... Wenn du eine Pizza machst oder deine Pasta, dann kriegst du in deinem Aquarium... Also ich denke, da muss man einfach offen sein für neue Sachen. Das ist ja nichts. Und du kriegst ja da wirklich alles mögliche Angebot inzwischen schon, wo du deine Kräuter selber aufziehen kannst. Ja. Und warum sollte man das nicht komponieren mit einem Aquarium? Ja, auf jeden Fall. Coole Sache. Also hat mir auf jeden Fall gefallen. Auch das für die super dekorativ, wenn das irgendwo so in so einem Wohnzimmer steht und machst du die Tür auf, gehst rein und du hast da so eine Pflanzenbahn. Sehr gut fürs Raumklima. Ja, total. Und du brauchst natürlich, wenn du eine normale Raumbeleuchtung hast oder ein normales Fenster, du brauchst da eigentlich... Also für die beiden brauchst du keine Zusatzbeleuchtung. Ja. Die wachsen ja überall. Ja. Würde ich auch so sehen. Ja, super. Dann danke einmal für die Erklärung. Und wenn ihr da jetzt natürlich mehr drüber wissen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung noch ein paar weiterführende Links.